Die Friedrich-Ebert-Halle ist eine der großen Multifunktionshallen Südwestdeutschlands. Mit Sportboden und Tribünen direkt am Spielfeldrand wird hier Hallensport zum hautnahen Erlebnis. Bei Konzerten sichert die ansteigende Tribüne beste Sicht auf allen Plätzen. Großes Plus für Messen und Kongresse. Alle Flächen liegen auf einer Ebene. Eingebettet ist die Halle in die großzügige Parklandschaft des Ebert-Farks. All das macht die Ebert-Halle in Ludwigshafen zum gefragten Veranstaltungshaus in der Metropolregion Rhein-Neckar.